Berge-Stadtbach bekommt Besuch aus Westfalen. Der SC Wiedenbrück ist zu Gast in der Belkaff-Arena. Während die Gäste derzeit im tabellarischen Niemandsland entspannen, geht es für Cenk, Durgon und Co. um nichts Geringeres als den Klassenerhalt. Wiedenbrück reist mit zuletzt zwei Niederlagen an, die Hypothek in Rot ist aber noch wesentlich größer. Die Roten Teufel konnten nämlich nur einen Punkt aus den letzten vier Partien mitnehmen. Der sieben Punkte Abstand auf die sicheren Ufer droht weiter anzuwachsen. Dabei sah das spielerisch bei den Heimherren zuletzt sehr gut aus. Diese Tendenz setzen sie auch in dieser Partie fort. In Rot von rechts nach links sorgen sie für den ersten Angriff. Kelvin Lunger setzt sich durch und hat die erste Chance und testet dabei das Fangvermögen von Marcel Hölscher im Tor. Während des Hinspiels trug Lunger noch das Trikot von Fortuna Köln. Helge Hohl beobachtete damals eine 1 zu 4 Klatsche seiner Mannschaft. Von diesem Ergebnis ist man an diesem Aprilnachmittag noch weit entfernt. Wenn eine Mannschaft Chancen hat, dann ist es Bergestadtbach. Koruk setzt sich durch gegen den passiven Tia. Der passt auf Lunger, der passt auf Odagaki. Doch der Japaner steht im Abseits. Er kehrt zurück, nachdem er aufgrund einer roten Karte gegen Aachen für drei Spiele gesperrt war. Die Chancen der Gäste aus Wiedenbrück sind bis zu diesem Zeitpunkt so rar gesät wie die Fans auf den Rängen. Dann kommen sie mal gefährlich in den Strafraum. Der erste Schuss wird pariert, der zweite Schuss von Kapdan wird abgeblockt. Friesdorf und Stürmer sind zur Stelle. Letzterer wird nach dieser Partie wieder auf der Bankplatz nehmen, da der Haupttorhüter Lohmann seine Sperre abgesessen hat. Es ist keine Partie für Fußballfeinschmecker. Großmomente lassen noch auf sich warten. Mamutowitsch findet seinen Meister in den Schonern von Latkowski. Danach geht es ohne Tore in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel ist die Partie etwas ausgeglichener. Flanke Richtung Pudelstürmer reagiert glänzen und dann wird es chaotisch wie im Flipperautomat. Springt der Ball von dunkelblau zu rot. Bergestadtbach mit dem Befreiungsflag durch Dugun, wenn auch unter Schmerzen. Die beste Chance in der Partie gehört der Mannschaft, die davon deutlich weniger hat. Bergestadtbach reagiert besonnen und zielstrebig. Angriff über links, die Flanke auf Riesdorf, der auf Kurg mit der Riesengelegenheit. Doch Marcel Hölscher reagiert glänzend gegen den Top-Durchschützen der Gastgeber, der den Verein am Ende der Saison wahrscheinlich Richtung Drittelliga verlassen wird. Nächste Aktion, Fragapane sieht Odagaki in der Mitte. Der macht das ganz stark, doch wieder ist Hölscher zur Stelle und verhindert den Rückstand seiner Farben. Er ist der beste Spieler auf Seiten Wiedenbrücks. Auf der anderen Seite steht Odagaki, der zuletzt beim Sieg gegen Schalke 2 einen Treffer beigesteuert hat. Wiedenbrück kommt danach, Flanke Richtung Selleschuss, freies Tor. Eine Riesengelegenheit für die Gäste in Führung zu gehen. Gjombo und Hill können Glück haben, dass sie nicht bei einem Rückstand eingewechselt werden. Hill feiert im Übrigen seinen 25. Geburtstag und sorgt auf seiner eigenen Feier direkt für Fohore. Der Pass sorgt für diesen Schussversuch von Friesdorf, der bringt allerdings keinen Ertrag ein. In den Schlussminuten der Partie wagt Bergestadtbach nochmal einen Sturmlauf. Wüstenberg Richtung Korug, doch der trifft nur das Außennetz. Preußen Münster, der ist von Meppen und Fortuna Köln klopfen anscheinend bei ihm an. Wenn sie etwas bei ihm trainieren müssten, dann ist es die Kopfballstärke. Denn das ist eines der wenigen Mankos dieses doch sehr guten Stürmers. Das hat Helge Hohl im Vorfeld auch nochmal betont, diese Situation bestätigt, diese Annahme. Er erzielt nicht sein 19. Saisontor und Bergestadtbach holt auch nicht den ersten Sieg nach vier Spielen. Es bleibt beim 0 zu 0 in der Belkauf Arena. Bergestadtbach kann sich mal wieder nach einer guten Leistung nicht mit einem Sieg belohnen. Die Konsequenz steht in der Tabelle. Sie stecken unten fest und mit jedem verlorenen Punkt rückt die Regionalliga-Abstiegsrealität immer näher. Ein bisschen Hoffnung bleibt aber noch. Nächste Woche gegen Bonn gibt es eine neue Chance, um sich von unten hochzukämpfen. Bis zum nächsten Mal.